ok aber perlenfarm digger ist wieder 99 level das kann ich auch wenn ich nicht level soll dass ich erstmal du bist jetzt erst mal new target neutral und passiv folgst du mir guck mal hier ein dicker fisch gut mal gucken ob der jeboa das durch hat so lange zu tauchen oh nein britzel britzel ich kann ich gesehen gar nicht mehr aufsteigen ok gar keine fahrzeugen ich kann es raus suchen wenn die den hai angreifen diese chindrea kann man die verboxen kann man die selber mit dem sperr angreifen ok ist denn da noch eine reingepackt nicht cool so 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 ist das nur ein paar perlen ok ok hast du den jetzt geerntet hat er bisschen torpor abgekriegt ne hat er nicht ähm wie heißt das war fish mit genau ein stack nehme ich und den rest recht drop ok weiter gehts wenn gleich eine todesmeldung vom tippo kriegst das ist der die ich beim tauchen auf die schultern habe ich will mal wissen ob die dann oxygen verbrauchen wird ja dann auch für kompis und so ein zeug die einen sagen so die anderen sagen so wie ich dir doch erzählt habe die paddeljumper aus stargate ja hier ist so ein ding mal sehen will mal sehen wills moment wenn ich nicht zugreifen kann da kann es dann auch rein richtig cool richtig cool ach da ist es wieder ja komm ja komm ja komm jetzt sind wir wieder auf britzeltun mhm kritzel 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 und und biotoxin Ah, Tuzos, Teutelus. Oh, der geht um Hain los. Dann weiß ich vorher zu. Ah, da noch was zu holen. Okay, da ist noch eine. Werde nicht abgegrast. Jetzt aber Purdy ist weg. Okay, dann Tuzo. Ich bin jetzt so langsam. Du bist noch leicht betäubt. War schon wieder jede Menge Tuzels. Aber hier gibt es ja noch anderen Stuff, haben wir rausgekriegt. Jupp, jede Menge Black Pearls. So war es. 189 schon wieder. Yeah. Und Kreatin. Oh, ich bin schon wieder nackig. Alle Rüstungen zerstört. Tolle Wurst. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Okay. Okay. Hey. ein bisschen so und da gibt es auch so ziemlich alles ruinen desio war da eben noch da gefressen Oh, Moser. Na gut. War ein Moser. Leicht eine Chora. Das Ding ist da. Kann man da auch was ernten? Mal gucken. Ne, okay. Oh, oh, ganz schnell nach oben. Okay, geschafft. Oh, wir sind ganz woanders. Erstmal heimwärts. Ne, ne, die Pritzler lasse ich in Ruhe. Und. Nach oben. Map. Okay, ich muss da noch rum. Oh man, der liegt hier ein Viertel nach dem anderen. Kann man hier, zwei von den Megafischen. Am. Am. Jetzt nicht mehr. Jaha. Oh, noch ein abgestürztes Raumschiff. Mal reingucken. Ach, das hat Zeit. Okay. Nix drin. Warum auch nicht? Idioten. Soll ich mal das Level von dem Hai angucken sollen? Nein, ihr greift einfach an. Oh, alle. Ganz schnell weg. Die sind auch kacke. Dann haben wir wieder Leuchte-Dings da. Möp. Oh, und jetzt irgendwie. Tag runter. Wann gibt es denn hier eine einzelne Insel? Ah, das ist die Insel. Okay. Ich bin nach Hause. Findest du den Heimweg nicht mehr? Hm, ich bin den Perlen gefolgt. Hm. Okay, da ist aber auch nichts drin. Dann war Eisgebiet. Jo. Und runter. Oh, da habe ich jemanden wohl nicht ganz aufgefressen. Ach, das sind die zwei dicken Fische. Jetzt schwimme ich um die dämliche Insel drumherum. Das ist nicht gut. Okay. Und bin dann. So, bitte. Okay, das ist ungefähr 50, 0. Hast du eins gesetzt? Ja. Super. 9. Äh, rename. 50, 0. Tief. Äh. Nass. Okay, hast du Homewasser genannt? Homewasser. Super. Dann, bevor ich gar nicht mehr zurückfinde. Teleport. Homewasser. 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 Äh. Ah, das sind unsere Tools. Perfekt. Optimale Stelle. Saugut. Dankeschön. Ich wäre nämlich gar nicht mehr angekommen. Hm. Dann kriegst du ein Stack Fisch mit. Und ein Stack. So. Bist wieder neutral. Da. Hui. Jupp. Griff bedrücken. Griff bedrücken. Ah. Das ist cool, ey. Ja. Ausbeute. Beträgt. Hm. 5.000. Oh. 300. Boah. 1.000 Black Pearls haben wir mittlerweile. 11.000 Silikas. Hm. Schon cool. Ja. Den Rest versuchen wir draußen unterzubringen. So. Ja. Jetzt auf jeden Fall noch den Grinder. Ist da. Hm. ok dass das rein cementing pastor 800 600 x-ray 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 ok Ok. Green Darer. Zu wenig Öl. Schon sagen. Green Darer. Und S-Plus-Industry-Grill. Ok. Endlich ein Grinder. Ach, der war auch im Floor. Ah. Er geht nicht an. Bei wegen. Ok. Endlich den Schrott da ein. Durchjagen. Den ganzen Riss an Loot. Ja? Was man nicht brauchen kann, ne? Richtig. Einfach darin. Und. Die Strukturen, Teile und all so Zeugs. Und dann On und Grind All. Und dann macht er alles zu. Gammel. Alles zerpflückt. Es gibt ja halt gute Ressourcen zurück. Mhm. Leider, glaube ich, geht da nicht alles. Aber das weiß ich gerade nicht. Mal gucken. Da. Da grind all. Wo geht so eigentlich. Tausend Metall aus dem ganzen Schrott jetzt zum Beispiel. Normalen Pfeile. Die Anunnaki jetzt nicht. Zack, zack. Das normale Crossbow. Ah, Cross. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Und. Wieso hast du jetzt Bären da rein? Ja, aber kannst du ruhig machen. Einfach alles rein. Hab ich gerade. Genau. Und dann nimmst du nur das raus, was du brauchst. Das meiste ist eh Schrott. Und dann drückst du Grind All. Das musst du manchmal zweimal machen, aber dann bist du den ganzen Brüll los. Ja. Ist alles zerkleinert. Genau. Da auf Elektronik umgestellt ist, frisst du auch noch nicht mal das Benzin. Hm. So. In dem Fabrikator sind, äh, über 5000 Kristalle. Du brauchst doch Kristall. Ja. Hau rein, ey. Nimmst du die 5000, lässt mir die 500 drin. Sollte ich mit auskommen. Ich hab nämlich jetzt so gut wie alles gebaut. Okay. Irgendwann hier noch Polymer. Äh. Eher gut. Hier. Suppenrezepte. Quark brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das können wir schrotten schrotten. Standard. Lederklamotten hoch. Jetzt gehen wir nur noch auf Flak war. Mhm. Zack. Drop. Äh. Die Suppe kommt da draußen. Nutzt auch keiner. Ja. Vor allem gibt das Grinden XP. Was ganz interessant ist für unsere Viecher zum Bleistift. Mhm. Hopp. Ketien. Rohrometall könnte ich nicht. Egal. Mhm. Halt. Äh.